So, nächste Runde heißt Fliegender Ball. Okay. Also, ich werde die Telekinese brauchen. Und ich muss eine Verbindung schaffen. Von hier links da hoch. Und wenn ich das so mache, einfach... ...das hier, tja, weiß ich nicht. So hinstelle, das hier gerade dran. Wie weit kann ich denn das stellen? So. Das sieht doch gar nicht schlecht aus, oder? Sehr gut. Wie viel muss ich einsammeln? 25. Wie war doch mal die Idee hier vorne? Oh Mann. Also. So. Mach hoch die Tür. So, und das hier geht nur mit Schwung, oder was? Yay. Checkpoint. Da liegt Metall auf der Straße. Ähm. Wird Metall auch warm? Also, ich kann hierhin telekinetisieren. Nach oben nicht, nach Dings nicht. Falls ich mich da drauf stelle und rüber komme, erwischt es mich hier. Beziehungsweise, ich kann springen und müsste dann hier landen. Richtig? Da oben ist ja so ein Teil... Kann ich nicht einfach so drüber springen? Wo war der letzte Checkpoint? Da, okay. Hippi! So. Jetzt hier den Onkel drauf. Ähm. Nein. Ich muss nach unten. Und dann muss das Ding mir hier die Flammen abhalten. Aber wo ist denn dann der nächste Checkpoint? Wie komme ich denn dann hier drüber? Also, ich brauche die Telekinese, um das hier oben lang laufen zu lassen. Und wie komme ich dann hier weiter, bitteschön? Oh. 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 Wie komme ich denn da weiter? Wie mache ich das denn? Komme ich wirklich über den ersten... Ach so, jetzt erwischt es mich hier. Ist klar. Ich muss über den ersten wahrscheinlich ohne Telekinese kommen. Komme ich da drüber gesprungen einfach so? Also, ich passe mal. Nochmal. Ja, ja. Nochmal. Ne. Das schaffe ich nicht. Ähm. Gut. Also ich kann das ja mal hier hinlegen und drauf springen. Dann da rein. Hm. Ich bin ein bisschen out of ideas. Ach, jetzt rollt der gar nicht. Nett von ihm. Jetzt fang mal an zu rollen. So, ich muss hier... So. Dann kann ich den hier oben drauflegen. Ja, und jetzt? Ach so, dann fällt der da runter und ich muss wieder drauf springen. Haha. Okay. Okay, okay. Schwer, aber nicht unmöglich. Wenn ich da richtig springen würde. Puh. Ist ja gleich wieder was für mich hier. Hm. Hm. Ich bin schon zu konzentriert auf die nächsten Schritte. Also ich muss da zwischen den beiden lang springen. Das nützt ja nichts. Das nützt ja nix. So. Jetzt muss ich den da hinsetzen. Da langlaufen und aufsteigen, wenn er denn kommt. so. So. Puh. Puh. Mein lieber Scholli. Okay. Was geht hier? Ich brauche die Trampoline, um die Punkte zu kriegen. Oder zumindest um den letzten da zu kriegen. So rum schon mal nicht. So rum auch nicht. Aber so zumindest grob. Kann ich mich daneben stellen, ohne dass ich tot gehe? Okay. Okay, den kriege ich so. Hier auch. Hm. Kriege ich den von oben? Na, ist mir zu gefährlich. Okay, neuer Versuch. Okay. Checkpoint. So, lass mich raten. Ich werde da draufsteigen müssen. Und dann... Okay, wenn ich den kriegen will, muss ich also auf dem Ding das überqueren. Und wieder da drauf landen. Das probieren wir insgesamt drei bis vier Mal und dann lassen wir den bleiben. Knapp. Knapp, knapp, knapp. Dann rolle ich nämlich einfach auf dem Teil hier durch. So, letzter Versuch. Und dann müsst ihr es besser machen. Okay, ohne jetzt genau zu wissen, was passiert ist, werde ich da hinten den nicht mehr kriegen, wahrscheinlich. Da war ja noch, also da, wo jetzt die Rolle liegt, war ja meiner Meinung nach noch so ein Meteoridensteinchen. Aber ich kann den kleinen nicht ausschalten, ne? Dann müsste ich... Ach, pfff. So. Rutschen. Okay, das wäre mit Rutschen möglich gewesen, den zu kriegen. Ne, tatsächlich. So, was ist denn das? Was ist denn das? Was muss ich tun? Wo muss ich eigentlich hin? Wo geht's denn hier weiter? Ach, da unten zwischen den Dingern ist anscheinend ein Loch. Okay. Wie läuft das Ding denn? Links, rechts, links, rechts. Und jetzt halt möglichst drüber und nicht rein. Verstehe ich. Jetzt erwischt es mich trotzdem. Puh. Okay, also den kriege ich erstmal einfach. Dann warten wir erstmal ab. Nicht da reinspringen. Kann ich direkt in den Schlund da springen? Das wäre ja das Beste. Bisschen zielen. Dann kann ich da auch reinspringen, ganz bestimmt, wenn ich's kann. Wie kriege ich den denn da oben? Da komme ich ja auch nicht hin. Kann ich hier rutschen und Schwung holen? Schaffe ich aber nicht. Wie komme ich denn an den anderen? Über die Trampoline oder was? Das hier reicht nicht zum Rutschen und zum Laufen reizen lange nicht. Also den muss ich mir irgendwie auch an die Backe kleben. Nein, der springt wieder vorbei. Ich hab, das war doch letzte Runde schon mit den komischen Mausefallen so seltsam, dass ich nicht richtig steuern kann, wo ich lande. So, aber jetzt. Okay, zwei ausgelassen. Was ist denn hier schon wieder? Wunderbare Welt der Grausamkeiten. Einfach so drauf. Reicht. Muss man jetzt nur vom Timing her machen. Okay. Also, ich mach mal, wenn's aufgeht. Hehehehe. Ich geh da mal drauf, wenn's aufgeht. Also jetzt. Passt. Okay. Na, dann hab ich tatsächlich nur einen Stein verpasst. Den einen da an dem großen Rahmen. Keine Ahnung, wie das gehen soll.